Okay, wir schauen uns das mal an. Thiago hilft Bayern für den Transfermarkt für Mane. Ich meine, Thiago hilft ihnen. Also, Englisch und... Let's go! Und Mane sich wohl geeinigt haben sollen und Thiago, bereit wäre ihm sein Haus in München, das er auch bewohnt hat, als er dort gespielt hat, quasi zur Verfügung zu stellen und dass er das eben haben kann, dort wohnen kann und so weiter. Die beiden sollen sich da geeinigt haben. Ist ja auch ganz interessant, wenn du einfach so ein Kumpel hast, ey, du hast ein Haus in München, ja passt und zieh ich da ein, wenn ich da spiele und so. Also, da soll Mane dieses Angebot wohl angenommen haben oder auch mit ihm geredet haben über dieses Haus und ja, ist ja wirklich sehr interessant. Also, sieht wirklich danach aus, als ob er wechseln wird. Wie gesagt, letztes Problem ist noch die Ablösesumme, aber ich bin da irgendwie ganz zuversichtlich, dass die Bayern das irgendwie ausbaldowern werden. Da wird man sich irgendwo in der Mitte einigen und dann war es das auch, hätte ich gesagt gehabt. Und dann wird Mane hoffentlich kommende Saison in der Bundesliga auflaufen, was ich vor kurzem noch gar nicht wirklich gehalten hätte. Eure Meinung in die Kommentare, Freunde, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach. Nice. Okay, nice. Yeah, great video. Hopefully Mane goes to them. But yeah, it is what it is. Nice, great video. And yeah, let's go.